Der Mensch stammt zu 90% vom Schwein ab. Du machst es immer wieder, weißt du? Du bringst mich immer wieder auf die BAM 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 BAM! Ja genau, das darf ich jetzt nicht mehr machen. Hast du gut demonstriert. Ich bin tot. Echt? So, hallo und herzlich willkommen zur 94.Folge von Deckend Let's Play! Yeah! Wuhuuu! Hi. Das war krass irgendwie. Ein bisschen, ja. So, Musik noch mehr ein bisschen. Ich will viel bauen in dieser Folge. Wir gehen ja straff auf die Folge 100 zu 100. Die 100.Folge wird ja so ein Special, Alter. Das wird so boah und episch. Bestimmt kommt nur die 2-Sekunden-Video. Episch. Nein, das wird schon länger. Äh, das wird auf jeden Fall episch. Und deswegen machen wir ab jetzt, äh, schon mal nochmal ein bisschen Überlänge folgen. Damit wir auch ein bisschen, ähm, so... Ja. Damit wir auch noch ein bisschen was schaffen davor. Deswegen, ich will mir hier mal so ein Destruction-Catalyst bauen und den wirst du dann auch benutzen, glaube ich. Weil du wirst den lieben. Du wirst das Ding lieben. Weil was doch mal was für ein Teil? Lieben! Was für ein Teil? Ich hab dir grad nicht zugehört. Ich war grad ein bisschen... Destruction-Catalyst. Damit kannst... Das muss ich dir dann in Aktion zeigen. Das ist einfach. Das ist zu episch, um uns zu erklären. Okay. Äh, haben wir noch Kohle? Oder muss ich mehr Kohle? Bist du grad beim... Nein. Du, was du in der Ender-Chess dich wär' grad richtig verhört. Ja, ja, das ist, äh, das krass, ne, was ich so alles kann. Ja, du wirst schon nicht so'n... Du bist schon so'n... Freaky Typ. Freaky Typ. Tricky. Tricky? Oder... Ich hab' gar'n Freaky verstanden. Ja, ich bin schon so'n Freaky Typ, Alter. Hast du dich geschmeichelt? Oh yeah, man! Würd' ich mich nicht frieren. Warum nicht? Keine Ahnung. Jetzt ist die Musik wieder zu leise, weißt du, das ist doch hier ein Scheiß. Jaaa, was willst du jetzt schon wieder bei mir? Ich will nur deine... Bei mir gibt's kein Strom. Ich will nur deine... Ich will nur deine Kiste mal benutzen. So. Das sieht so'n schön aus, wenn du das machst. Ich weiß, ich kann das gut, ne? Ich weiß. Oh. Das kam gleich gay. Oh ja. Oh, richtig. Alter, Phipps, du musst echt noch was lernen. Ähm, was wollte ich denn jetzt machen? Was wollte denn machen? Mein Weißes-оньss Ч-Icht. Ne Rotary Measureator. Ne Rotary Measureator. Ne Rotary Measureator. BEBEBEBEBE... so schauts aus so schaus aus ja ich mach mir jetzt arriverungs Symphys eh wenn ich mein DINGS hätte ah hier mein Philosophen-Stein du hast DINGS gesagt Lol woffl zwölf prozent Hitze sooo dann nehmen wir das hier hin dann brauchen wir Mobi's es wars schon Mobi es foughtas schon ne und erfüllen ich brauche TNT, TNT hast du noch, du hast noch Gunpowder, oder? hab ich noch Gunpowder guck mal bitte Flint habe ich sechs Stück habe ich ja, legen wir mal in der Truhe, bitte, genau kannst du doch vermehren mit MMMM ja, bleibt ja einer übrig, ich brauche nur ein TNT würdest du alles in die Luft sprengen? ne ne, ich brauche den, ich brauche den für diesen Destruction Katalys wir sind behindert quatsch, wie kommst du denn darauf? boah, hab ich so vermutet gehen wir mal TNT hier, brauchen wir dafür vier TNT, vier TNT, vier TNT, vier TNT braucht man dafür ja und vier Sand und, weiß was ich nein ich brauche, ich meine für diesen Destruction Katalyst, Alter ich hab noch vier Nova Katalys, ne weißt du Bescheid das ja das sind meine Ge-Cheat-Hütten, glaub ich was gibt da noch Nova Katalysen, wir haben nicht ganz so übertrieben, wie wir es eigentlich wollten leider ja, das war schon witzig, trotzdem Alter, ich hab grad mein, ne, ich vergiss es einfach okay das ist zu peinlich jetzt sag nicht, du hast den ganzen Keller hochgesprengt nein, ist es nichts in Ge-M was? denn ist es ja noch peinlicher scheiße was hast du gemacht? erzähl doch mal, erzähl's vor dem Video, komm nein da erst recht nicht jetzt ist nicht cool überhaupt nicht so zum weg was denn egal egal so eternales fuel und jetzt kommst du mal runter ich würde mal was demonstrieren ich kann das wirklich nicht du musst aber das ist deine heilige pflicht wer klopft denn da oben bei mir klopft jemand natürlich wer mal deinen besucher bitte ob ich jetzt wieder hier runter gehe ich weiß es nicht so und damit kann man jetzt den hier machen und das ist richtig geil hässlich was machst du da wo kommt das sind das sind loot balls das ist im prinzip die items werden in so ein ball in so ein ball gesteckt okay es ist geil und den kannst du auch noch aufladen dann wird es weiter wofür braucht man das um eine wende einzureißen und da machst du schön ich gehe jetzt einfach wieder hoch und damit macht man sich solche solche dinge machst du schön ich will nämlich auch noch was etwas weiter bauen ja er hat bauen gesagt das gehört er hat bauen gesagt was ist er da so witzig ich weiß es auch nicht ob das sagst du auch immer deswegen habe ich jetzt auch mal gemacht hat kommt damit klar komm damit klar alter na 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 Absicht war Absicht wie kommst du da drauf als ob ich das nicht gemerkt hätte weißt du als ob ich das nicht gemerkt hätte denkst du ich bin so blöd du hättest es nicht gemerkt du hättest es nicht gemerkt ach weg mich doch bitte sag doch einfach die wahrheit mich doch einfach bitte Nein geht darum bitte mit mir und sind nicht mal richtig sprachfehler lachst du behindert aus erst du machst gegen Menschen mit Sprachfehler nein natürlich nicht das kann mit dem Sack hast du schon mal ja willst du uns nicht was erzählen ich habe nichts gegen ich habe nichts gegen Neger mein bester Sklave war schwarz ja warum hast du jetzt das von schwarze von Behinderten findest du jetzt dass schwarze behindert sind ja fucking ich komme hier ganz schön in die in die Klemme oh ja das kommst du ich habe nichts gegen schwarze und oder Behinderte okay Naja das kann man doch durchgehen lassen warum habe ich auf einmal so viel Rubber hier ich habe ja letztens so viel geklaut ja deswegen ja wahrscheinlich deswegen ist mein ganzer Rubber weg ich habe nichts gegen behindert ich habe nichts gegen behindert ich habe nichts gegen behindert merkt man merkt man scheiße Alter ich mache mich hier voll lustig nein du machst dir Feinde aber mir auch nicht seid ihr behindert schreibt es doch mal in die Kommentare ich feier das grad er feiert wie er behinderte aus ja das ist echt das ist schon mies das ist schon mies das ist echt traurig dass er schlimmer als Julien ich weiß ich bin echt ein schlimmer Finger nein das war der Bad Boy das bist du auch nicht ich weiß du wünschst es dir aber so weit kommst du noch nicht bitte lass meine Träume in Ruhe wenigstens die okay okay aber ich werde es niemals sagen was dass du meine Träume in Ruhe gelassen hast nein dass du ein cooler Typ bist komm sagen dass ich ein cooler Typ bin Bad Boy du hast es geschrieben das zählt das haben die Zuschauer gesehen das haben die Zuschauer gesehen das zählt jetzt nicht mehr jetzt kann ich immer noch Tee drücken nein du willst aber nicht Tee drücken habe ich aber schon nein du willst nicht Tee trinken Tee trinken Tee trinken ach so ja wann hast du ich hab dir ja geschrieben ja FIPS war mal wieder retro unterwegs oh ja meine Tante hat ihren alten Gameboy ausgepackt die sind in schwarz-weiß meine Tante packt immer was ganz anderes aus wenn ich damit verstehst du verstehst du verstehst du verstehst du was ist schling was packt sie denn noch ich hab's nicht verstanden ich auch nicht aber ich überleg mir gerade was sie auspacken könnte und es gefällt mir nicht ähm hier Dekolleté ja in dem Alter sagt man das dann so ne Dekolleté da sagt man nicht mehr Brüste nein das ist zu Mainstream Mainstream über was labern wir hier eigentlich äh ja Alter was hab ich am Gameboy gezockt ist die Frage das ist die Frage irgendwie so Spaceship Invaders oder sowas Spaceship Invaders das war richtig geil mach doch ein Let's Retro eher mit dem Gameboy und einer Cam ne ist klar genau da kann man auch so viel sehen äh es gibt sogar Mitte und Wege dem Gameboy über dem PC aufzuh- also die Emulator ja ist mir schon bewusst aber das ist ja eigentlich gerade illegal so hat der gerade gesagt das ist nicht illegal was was nicht dem hat was gesagt ich hab nichts gehört ich hab auch nicht ich hab immer mal so das Philips doof ist aber das wässt du das sind die Hirngespinste die ich habe das ist ja glaube ich auch glaube ich auch ich muss gleich mal bemerkt mal ich muss noch reducken weil da bugt was rum jetzt haben sie alle die IP gesehen naja mein Gott ist eh ne Whiteless drauf pssst die sollen's mir nächstes versuchen haha jo versuch doch mal auf den Server zu joinen Er macht sie auch extra raus. Ich mach extra die Wildliste aus. Könnte sich auf der Map austoben. Das ist dann ein Let's Play Together. Es ist doch jetzt schon ein Trottel. Aber ein interaktives Let's Play Together ist es dann. Achso. Ja das ist... Das gab's noch nicht oder? Guck mal auf YouTube. Interaktives Let's Play Together. Ja das hört sich auf jeden Fall an. Retro an. Retro. Let's retro. Miau. 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 Ja bist du grad ja aufgestanden. Oh Gott. Ich fühl's in seine Katze. Oh ja. Hm. Ah. Äh. Komm her. Kannste noch weiter schlafen. Oh. Voll doch nicht runter. Voll doch nicht runter. Deine Katze ist echt dämlich irgendwie manchmal. Nein ich hab sie auch gehofft. Und dann ist sie dir weggeflutscht. Ja ja. Weggeflutscht. Er hat geflutscht gesagt. Wie. Nee. He. 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 Gott sind wir schlecht heute. Man leckt euch jetzt nicht meinen Arm ab. Alter. Das geht ja gar nicht. Ich ziehe euch den Arm ab. Ey der Raum ist nicht mehr unsymmetrisch. Bitch. Keine Luft ist noch. Doch der ist unsymmetrisch. Nein das ist er nicht. Er war immer unsymmetrisch. Und wird es immer in unserem Papst. Er ist echt nicht mehr unsymmetrisch. Alter. Mit die Mettwurst. Bin ich Mett. Mett bist du. Mett. Mett bist du. Mett. Bist du Mett Fips. Mett. 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 Und wir machen den richtig bonsig. Wenn wir niemals tun. Wir machen den richtig 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 fett bonsig. Alter. Ne. Meiner wird bonsiger. Mein Kacke. es ist diese ruhe es geht also ich habe musikhintergrund ich weiß ja nicht mehr er muss gleich noch mal und wenn er immer von perlösen sprechen muss ich dachte du solltest dir einfach erst abstecken machen einrichten für prlp genau und dann werden fragen gestellt die dann mittendrin beantwortet werden das ist ja nicht nur so schlecht man aber dann müssen wir die fragen am ende noch selber schreiben weil wir keine zuschau haben ja ja stimmt aber werden schon ein paar ja es ist es geht auf jeden fall bergauf also auch wenn sie langsam aber wie gesagt wir machen keine werbung und so weiter und so fort weil ich finde es echt nervig werbung zu machen weiß ich nicht keine ahnung ich bin ein anti werbung terrorist das ergibt keinen sinn ich weiß ich will mal ein basalt holen basalt basinga schelden cooper nein wie kommst du da drauf mensch geraten gerade so was gucke ich habe alle vier folgen gesehen alter äh staffeln das war jetzt gut nein ich habe echt alle vier stoffeln gesehen ja glaube ich dir auf lovfilm ich habe ein lovfilm abo und da will ich mir alle vier folgen gesehen ich habe sie alle im fernsehen ich habe sie alle im fernsehen alle vier folgen ja ich habe schon wieder alle vier folgen ich habe ja gar keinen richtigen keller bauen weil du hier alles mit kabeln ja habe ich doch gesagt warte mal hier nein ah ist er gelegt so jetzt ich brauche basalt nein was willst du und du hast dir alles zugekleistert ja dann bau dich doch einfach unten an mann ich baue dir gleich was ab das geht ja auch cool das geht schnell hast du den 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 reaktor nicht angeschlossen der durfte laufen ja also jetzt habe ich so viel braucht man nicht verkabel ich gleich noch ich krieg nämlich trotzdem irgendwo noch herr strom ich weiß aber nicht vorher von deinem solarfinance ne auch ich krieg richtig viel irgendwie ok strange oder warte ich guck noch mal hin also ich habe mein reaktor eigentlich bisher nur an die mfs us angeschlossen ja es geht es geht echt es geht brauchst du doch ein bisschen basalt ich habe ein bisschen viel geholt ich weiß nicht mal was basalt ist also geh mir weg mit dem basalt ist dieses schwarze zeug zu verzieren oder whatever für die lächle für die lichter oder was ja ne du kannst mir weißes geben wie du hast da ja wie weißes ne du hast dir auch weiße lichter gemacht oder nicht also ich habe dir weiße lichter gemacht das ist der feine aber kleiner unterschied ja das ja ach den bau kann ich mir selber machen ist ja nur mit redstone und äh glustern und bone meal ich baue jetzt auf jeden fall hier erstmal so eine umrandung und dann gehe ich hier hoch dann mache ich den hier ach so viel kabel man was denn bei mir ich weiß gar nicht ich guck gleich mal bei dir ob ich da was machen kann nein nein die kabel sind ja unbenutzt deswegen ja dann immer abhauen und mitbringen können wir alle gebrauchen irgendwie trotzdem kotzt es einer ja habe ich hier noch spawnen mein habe ich hier noch ein lab pack lab 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 labr ich sehe keine doch da sind schalter tatsache so dann machen wir mal so einen 2abstand passt das irgendwie nicht ungefähr egal ich trink mal einen schluss warte WTF? Ich weiß es. Ich verarsch dich jetzt grad wirklich nicht. Du musst du das doch mal anhören oder so. Für mich ist hier eben vorhin ne kurzs Upgrade. Bleib ich nicht an. Warst du außen bei dir oder so? Nee. Dann weiß ich auch nicht. So. Und jetzt Lämpchen. 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 So Lampen. Lampen sind keine Schlampen. Ja wer weiß. Ich weiß es glaub ich ganz genau. So dann machen wir das so. Sieht das doch eigentlich ganz passabel aus. Und hier unten machen wir erstmal Stein jetzt rein. Stein jetzt rein. Hast du verstanden? Das ist voll krass und so. Ich antworte schon gar nicht mehr. Ach komm schon. Das kannst du mir auch nicht antun. Ach Fips ist doof. Wisst du das? Fips ist einfach doof. Ich weiß. Fips. Ich hasse Fips ab heute. Ich war... Ja das wüsste ich schon länger. Das wüsste ich schon länger. Ach ist ja gut. Dir braucht man immer so wenig zu erklären. Weißt du begreifst echt schnell. Ja das weiß ich auch. Ah. Okay das funktioniert irgendwie nicht. Warum auch immer. Dann haben wir noch Stein. Nein das dürfte doch funktionieren. So dann machen wir das hier dicht. Das hier. Das hier dicht. Und sonst so? Und was? Was hast du erlebt das Wochenende? Wir haben jetzt erst Anfang Wochenende. Ich weiß. Deswegen frag ich ja. Wir haben jetzt erst Anfang Wochenende. Ich hab das nur so gefragt. Dann halt die Woche. Wie war die Woche? Die Woche war cool. Langweilig. Da wir in der Schule eh nichts mehr machen also. Und sind ich verklagt oder was? Hass. Was? Hass. Was? Warum sollte die Schule mich verklagen? Keine Ahnung. Ich bin doch Musterschüler Nummer 1. Glaubt ihnen das. Glaubt es mir. Glaubt ihnen das. Was? Oh Gott. Du und Musterschüler Nummer 1. Mhm. So der eine Raum unten ist fertig wo die Maschinchen reinkommen könnten. Hast du nicht ein paar Tehn zur Seite gelegt oder so? Leider nein. Das hab ich jetzt einfach mal krass vergessen. Ja haben wir auch schon wieder Überlänge. Ich glaub wir hören auch jetzt für diese Folge erstmal auf. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Tech Town oder Tech It Reloaded oder beim Tech It Let's Play oder wie ihr wollt. Ja. Mhm. Mhm. Wir sehen uns. Tschüss. Wir sehen uns. Tschüss. Lass Bescheid. Ja. Irgendwas episch noch ist noch zum Abschluss so? Nö, nö. Heute mal nicht. Gott nicht. Dann sind wir uns morgen. Tschüss. Bei der Folge 95. Yeah. Ja. Ja.